So, und da bin ich auch schon wieder mit Mario und Luigi, Superstar-Saga. Irgendwo waren wir, ich weiß es gar nicht mehr. Das Weitem hatten wir. Hm. Ach Gott, wo war ich denn? Muss ich hier hoch? Da ist so ein Brennviech. Äh. Oh, kommt man da gar nicht hoch? Ah doch, kommt man. Oh. Luigi Time. Mario Time. Mario, du Säufer. Ach ja, das Item da. Egal, was ist das Erdbeben. Hm. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wie soll ich da bitte hinkommen? Könnte mir das jemand... Mua. Könnte mir das jemand mal sagen? Wie soll ich da hinkommen? Andererseits... Wer sagt denn überhaupt, dass das dafür ist? Ja, dass es hier nicht weiter geht, sagt dafür. Andererseits... Warte mal, können die beiden... So weit kommen sie nicht. Okay, wir haben ein kleines Rätsel vor uns. Und ich bin... ...so klug... ...und springt vor der Wand. So. Um die Kütter. Draufgeflogen. Ganz schnell. Und... Oh, auf der Kante. Oh, meh. Mom. Luigi. Hä? Und... ...alle guten Dinge sind drei. Ah. Mario vorne. Und Mario seufzt mal wieder. Was das Zeug hält. Und? Ja. Ah, das war hier oben gemeint. Ah, okay. Dann ist alles geklärt und... ...es kann weitergehen. Ey. Feuertyp. Abkühlung gefällig? Hier hast du sie. Oh nein. Dieses Lama-Gesicht macht wieder ein Tornado. Hä? Der Tornado hat einen Schatten. Nein! Oh, dieses... ...gehüpfen und wiederumtauschen... ...das geht mir langsam allmählich auf den Sack. Oh, das ist schon wieder so ein Rätsel. Oh, wie. Hm. Auch den Knochenrockner habe ich gar nicht gesehen. Hüps. Und ja, Rexy ist... ...sechs Schaden. Rexy angreifen. Fünf Schaden. Hüps. Hüps. Hä? Wie hat er mich denn getroffen? Sechs Schaden? Fünf Schaden. Verdammt. Ja, Mann. Okay. Der Rexy muss verschwinden. Och. Und der Rexy verschwindet jetzt aber, oder? Ja. Ja, Mann. Besiegt. Und... ...rexy auch besiegt. Und das war's dann. Mit 22 AP-Punkte. Yeah. Was ist, wo wir so eine Grenze wohnen? Okay, erstmal den Rexy kümmern, weil der ist die größere Gefahr. Oh, ich hasse das. Mann. Ups. Ja. Blödes Viech. Tu besiegst. Du bist besieg von Luigi. Und Mario hat die... ...Ehre, dich zu besiegen. Und... ...5 AP. Und eigentlich mal wieder Level Up. Hey yo. Level 7. Oh Gott, was müssen wir verbessern? Mario, du brauchst mehr Verteidigung. Und 3, 2, 1. Go. Oh. Mario. Ein Appelz. Und wo geht's hier weiter? Ach so, hier. Och. Lass mich raten, das ist wieder so ein Kack. Och Gott. Nein. Och Gott. Glück gehabt, ey. Okay. Und noch mehr so. Rumgewirbel. Oh, wo ist... Okay. Da möchte ich jetzt nicht runter gehen. Da muss ich einmal aus... Oh, guck mal. Pilzkönigreich. Da hinten. Ach. Und die schöne Aussicht. Okay. Was soll das sein? Aha. Ein Fels. Und ein Sirup. Hey. Okay. Okay. Komm. Sie kommen ziemlich weit nach oben. Da ist Pilzkönigreich wieder. Hm. Hier ist ein Speicherbuch. Und... Das ist die Spitze? Da sieht mir das verdammt... Scheiße nach Boss aus. Äh... Ja. Ähm. Items. Genau so. Pilze. Einmal dich heilen. Und dich heilen. Ja. Okay. Ist doch nicht der... Ups. Bei diesem Stein handelt es sich um kostbares Krachanid. Oh na... Ach, nach diesem Zeug suchen wir ja. Und wer das Krachanid stiehlt, ist ein Dieb. Hm? Was? Mein Name? Ich bin der Phlogosaurus. Was? Im Dorf macht man sich Sorgen für mich? Oh, das tut mir leid. Ich hatte Prinz Parmec gesehen und bin ihm gefolgt. Und lang... Dann lag hier dieses wunderliche Riesenei. Mutterseelen allein im Nest. Ich habe nämlich beschlossen, mich seiner anzunehmen und es auszubrüten. Schon bald wird irgendetwas draus schlüpfen. Ah, es ist soweit. Es schlüpft aus. Etwas. Ja. Du warst ne... Du warst ein Monster. Hä? Ja, klar. Das war wohl ein Kuckuck. Wie ein Kuckuck sieht das jetzt nicht aus. Und das Ding spuckt... Haha, neat. Oha. Ja, ja. Und das... War mir irgendwie klar. Okay. Oh ja, zu Schaden. Oh Gott. Ah. Ja, okay. Das ist... Hä? Ja, okay. Den kann man leicht drauf schauen. Was ist das? Äh. Was ist das? Hä? Ich will das Ding angreifen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich will das Ding angreifen. Nicht... Nicht... Da hat es doch gerade... Da, genau. Was ist das überhaupt? Ist das ein Drache darstellen? Hä? Na klar. Klar. Warum nicht? Mario, du brauchst Energie. Nomm, 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 nomm. Boss Fight. Boss Fight. Loser Like. Das Ding... Wisst ihr was? Äh. Ups. Oh Gott. Ich will ja kaum ausweichen. Okay, versuchen wir es nochmal. Jemand, sieben Schaden. Hallo. Da. Zwei Schaden. Ja. Verdammt. Ach Gott. Eine Heilungsrunde. Items. Pilze. Luigi verpflegt sich. Nomm. Oh, tut das gut. Und, ja. Mario tut erst mal das Ei, damit das hier erstmal nicht auf... Ach. Ja. Mario! Nein! Hallo? Hörst du auch zweimal zu gehen? Oh, drei, ein, eine Pilze. Gut so. Mario, hier! Friss das! Yeah! Ja, tanzen ist unmöglich. Mario darf noch angreifen. Gut so. Wie soll man denn denn ausweichen? Oh, Gott. Das wird mir so viele Pilze kosten. Nom, nom, nom. Mario. Und du auch noch. Yum, 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 yum. Lecker, lecker. Ich hasse dich. Was bist du überhaupt? Oh, dieser Kampf dautsch. Ja, ja. Spuckst du mit deinen Riesen-Graha-Nit. Ich hoffe... Ja. Ach, schau auf den Schein. Wenn man weiß, wie man ausweichen muss, dann... Ja. Bis... Noch 50 Erfahrungspunkte nur. Hallo? Hallo? Ich level up. Das ist ein wahrer Künstler. Nur bei Boss kriegt man level up. Ach, Gott, ey. Ja, Luigi. Du kannst mal mehr Schaden anrichten, ne? Wow, guck mal. Nimm dir ein Beispiel an Luigi, ja? Der kriegt die 3. Hä? Wer ist das? Oh. Bei meinem Barte. Welchem Bart? Der strahlende Prinz. Prinz Mamek. Was ist nur geschehen? Oh, Mann. Ja, lach du nur, ey. Sowas nennt man wohl ein kleines Missgeschickt. Ich war in geheimer Missionen im Reich unterwegs und in den Bergen traf Luke Miller und ihren Knecht, den kranken Krankfried. Als ich sie bemerkte, war es schon zu spät. Luigi, Luigi wollte ich jetzt sagen. Luke Miller hat mich verwandelt und in einen Stein eingeschlossen. Oh, lass das sein, Mann. Das tut weh in den Augen. Was? Die Stimme der Prinzessin gestohlen? Und was ist das? Fliegendes Hotdog, oder wie? Ein fliegendes, verschimmeltes Hotdog, ey. Macht euch wegen der Prinzessin Piech nicht so viele Gedanken. Das kann fliegen. Oh Gott. Zunächst müssen, müsst ihr Luke Miller verfolgen. Trefft euch im Teil der Königin, mit Königin Mamella. Ich denke, Schloss Bonja ist Luke Millas nächstes Ziel. Ein Geschenk mit Autogramm von Prinz Mamek. Hallo? Oh, Grönling. Die Rose steht dir aber gut. Zeig dir diese rosenwachen im Schloss Bonja. Und lass diesen Lichtflash sein, Mann. Oh. Ich aber setze meine Mission fort. Gehabt euch wohl. Ja, Luigi danced. Oh, guck mal, wie nett. Das nimmt uns mit. Ja, wie dem auch sei. Der Part endet dann mal hier wieder. Wir haben viel geschafft. Wir haben einen Boss wieder mal besiegt. Das Spiel steckt voller Bosse, ey. Hammer hart. Ja, okay. Ich würde euch sagen, um die Worte mit Luigi, der coole Bruder, zu sagen. Feierabend, Feierabend. Oder Mario? Ja. Feierabend. Nein. Ja, doch. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt. Mario, Luigi, Superstar Saga. Ich bin euer Mase. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Kommentieren und favorisieren und teilen. Das wäre geil. Aber ich wünsche euch in der Vortenzule viel Spaß. Ich weiß nicht, was kommt. Oh. Ja. Ich würde sagen, bevor das Video noch zu lange dauert, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. Vielen Dank.